ARD Text im Auftrag von Funk Kann mir zur Hölle jemand sagen, was das soll?! Mein Name ist Red. Ich bin Ihr neuer Chef. Wir sind tot. Wir alle sind tot. Wir sind so gut wie tot. Ich muss arbeiten. Was Sie ihr alle verinnerlichen sollten ist, dass auf jede Verfehlung, die Sie begehen, eine Verwarnung erfolgt. Nach der fünften Verwarnung unterziehe ich die Mitarbeiter einer erneuten Prüfung, ob sie für mein Unternehmen von Wert sind. Das war die fünfte Verwarnung, Guy. Nein! Mr. Redman! Wir sind weg! Nein! Wer auch immer Thomas Redman vor dem Eingriff von Dr. Lansdale war, dieser Mensch ist zerstört. Der Kerl kennt alle Tricks der Welt. Ich bin kein Mörder! Ich bin ein leitender Manager! Sie können sich Ihren scheiß Job jetzt direkt Tal reinschieben! Sie sollten schleunigst wieder an die Arme rein gehen! Die Free Fire Untertitelung des ZDF, 2020